Es gibt immer mehr Gesetze, Verordnungen und Rechtsvorschriften, die in Betrieben zu beachten sind. Wir als ZAG unterstützen Sie dabei, diese in Ihrem Betrieb rechtssicher umzusetzen. Bei uns arbeiten rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir bieten die verschiedensten Dienstleistungen, das fängt an von Gestellung Fachkräfte für Arbeitssicherheit, geht weiter über Brandschutz, Gefahrstoffmanagement, Gefahrgutmanagement, aber auch betriebliches Gesundheitsmanagement und vor allen Dingen, wir führen jedes Jahr über 300 Seminare bei unseren Kunden durch. Zu unseren Kunden zählen die Asklepius-Kliniken und Asklepius-Betriebe. Wir sind als Zentrum für Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz ja selbst Teil des Asklepius-Konzerns, aber darüber hinaus betreuen wir zunehmend externe Betriebe. Wir bieten Ihnen an, Sie darin zu unterstützen, nicht den Überblick zu verlieren und passgenau für Sie rauszusuchen, was für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen abzuleiten.